Hast du jetzt eine Kartoffel auch noch gestohlen? Willst du auch eine Kartoffel? Mhhh, da hast du ja schon einen. Wie viel willst du denn noch? Wo hast du ihn denn jetzt hingelegt, du Wurm? Ach, hast du ihn auch noch? Wo hast du denn das jetzt gemacht, du sauber Künstler? Da ist nur einer, schau her, damit sie nicht streitet werden. Schaut, was soll ich tun, ist er nicht im Hub, Kinder. Süßkartoffel? Mhhh, die liebe ich aber. Süßkartoffel liebe ich so viel. Wo hast du, wirst du auch eine? Süßkartoffel? Mhhh, das ist aber lecker. So, wo machen wir denn die Mehlwürmer? Da gehst du selber schauen, was du drinnen ist. So, wo machen wir denn die Regenwürmer? Ostorf Natur noch geschmackig. So, Kinder, Ostlin! Die kennt sie ja nicht so, gell? Da, da. Wo habe ich hingelegt? Hier sind jetzt ein paar Arschle. Ja, hier sind jetzt ein paar Arschle. Hallo. Woah,, aberzept. Da, 33. Ich fache es nicht leicht. Hallo, Herrolf. Hier können wir die Regenwürmer. Wir nehmen das Seppingen. Vielen Dank.